Willkommen Dominion-Freunde zur nächsten Runde vom Intrige-Hero, die Serie, wo ich alle Erweiterungen jetzt mal durchgehen werde, um einige Spiele nur mit dieser Erweiterung zu spielen, gegen den Bot, sodass es entspannt ist, dass wir nicht auf den Gegner warten müssen und wir nutzen hier mal alle Karten von Intrige, zufällig zusammengestelltes Königreich, ich zeige euch die Karten hier, da könnt ihr mal auf Pause drücken und das Ganze lesen und wir legen mal los. Wir haben hier glaube ich nichts zum Entsorgen und können Karten ziehen, entweder mit Bergwerk, Patrouille, Adligen oder wir nutzen den Lakai und wir haben als Payload Verschwörer oder Brücke, der sehr stark ist mit Dörfern kombiniert, den ich hier sicherlich auch gehen möchte und Baron, der mit Lakai vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Ich denke, ich möchte hier ein Lakai-Deck aufbauen, da dies ganz gut funktioniert, wenn man nicht gut entsorgen kann, obwohl natürlich nur, wenn man, also es ist sogar noch besser, wenn man entsorgen kann, aber immerhin besser als Bergwerk, Patrouille. Vielleicht kann man auch alles kombinieren und ich fange mal ab mit Brücke Silber. Silber ist vermutlich auch dann die einzige Stoppkarte, die ich mir einmal kaufen möchte, um öfter auf 5 zu kommen. Ansonsten 4 ist hier auch in Ordnung, da kann man sich dann Mühle kaufen. Und wir haben die Brücke hier zusammen mit 5 Münzen, können uns was für 6 holen oder für 5, wie wir wollen und wir machen das einfach mal. Ziel wird hier auf jeden Fall sein, viele Brücken ins Spiel zu bekommen und dadurch dann viele Karten auf einmal zu kaufen, welche das dann genau sind. Einige Punkte werden dabei sein und dann vermutlich ein 3-Stapel-Ende oder wenn der Gegner schon viele Punkte gekauft hat, erstmal ein paar Provinzen. Vielleicht holen wir uns doch hier erstmal so eine Kombination aus Lakai plus Kartenzieher, weil wenn wir hier schön mit Adeligen als Kartenzieher arbeiten, haben wir schon einige Punkte und können dann das Spiel ganz gut kontrollieren oder auf ein Ende hinführen, weil der Gegner uns nicht so gut aufholen kann. Und Patrouille mit diesen ganzen Punktekarten zusammen dürfte auch ganz gut funktionieren. Adelige kann man dann auch mal als Aktionsgeber nutzen, notfalls. Ich werde hier aber trotzdem mal für 5 nur einen Bergwerk kaufen, weil ich denke, ich habe schon recht viele terminierende Aktionen im Deck. So, wir können hier ablegen, dann können wir 2 Aktionen nehmen, 3 Karten, Reihenfolge fertig und kaufen uns noch einen Adeligen. Das Gute ist, dass die Patrouille dann halt weitere Adelige zieht und dadurch stärker wird. Man könnte auch im letzten Zug dann Bergwerke entsorgen. Wir sind ein bisschen schwach vom Payload her, ich mag aber irgendwie es nicht nur 3 auszugeben für eine Brücke. Deswegen hole ich mir mal noch einen Adeligen und bin ausnahmsweise mal gegen den Bot in Führung von Punkten her. 2 Aktionen, Patrouille, hier werde ich jetzt aber die Möglichkeit haben, Brücken zu kaufen. Brücke und Adelige. 2 Aktionen, 3 Karten. Okay, dann nehmen wir jetzt hier die Brücke und kaufen uns einfach nochmal Bergwerk und Brücke. Gegner kauft die erste Provinz. Gerade gegen den Bot ist das hier wahrscheinlich extrem einfach. Ich möchte, was möchte ich jetzt noch, eine Brücke? Einfach, dass ich immer irgendwie eine Brücke spielen kann. Das heißt, wenn ich nicht immer alle spielen kann, die ganzen Käufe wird man hier brauchen. Wir legen jetzt die Patrouille ab, weil wir sie nicht gebrauchen können, spielen die Brücke. Und holen uns jetzt mal noch Bergwerk und Patrouille. Oh, der Gegner hat uns hier eine schlechte Hand mit seinem Lakai abgelegt. 2 Aktionen, 3 Karten. Bergwerk, 3 Karten. Wir haben jetzt immer noch zu wenig Dörfer im Deck. Könnte das sein. Holen wir uns mal noch einen Adeligen. Wir legen nicht ab, damit wir das Ganze nicht in unser Deck reinmischen. Wir sind kurz vor dem Mischen, werden jetzt hier 3 Karten ziehen und dann aufdecken. Okay, wir wissen, dass hier Karten sind, die wir nicht totziehen wollen mit den Adeligen. Also hören wir auf und holen uns noch eine Patrouille. Gegner spielt wieder, wieder in Anführungsstrichen, weil ich davor noch ein Video aufgenommen habe, wo der Gegner Patrouille Big Money gespielt hat sozusagen. Das ist anscheinend auch schon recht gut. Er hat schon 4 Provinzen. Oh, da habe ich viele jetzt auf die Hand bekommen. Das ist gut. So, hier nehme ich einfach alles, was ich habe und spiele es, weil ich glaube, es wird nicht viel besser. Ich komme genau auf 4 Aktionen und kann 4 Brücken spielen. Jetzt sieht man die Stärke der Brücke. Die ganzen Sachen kosten jetzt 0. Das heißt, ich kann mir einfach mal ein paar Bergwerke, Adelige und Brücke und Adelige holen. Ich hoffe, das ist ungefähr in der Balance jetzt. Gut. 2 Aktionen. Patrouille. Hier habe ich wieder schön viel bekommen. Sehr gut. Patrouille. Ich glaube, ohne, dass die Patrouille hier Adelige und sowas auf die Hand decken würde, wäre es deutlich schwieriger. Aber man sieht hier auch, dass die Punkte, die Adelige uns zu bringen, nicht so schlecht sind, weil ich wäre sonst richtig weit hinten und bin es aber nicht. Karten. Sind da noch Bergwerke? Unten. 2 Aktionen. Karten. Ja. Okay, wir kommen nicht ganz dazu, alle Brücken zu spielen, aber immerhin wieder 4. Das heißt, wir werden jetzt noch mehr Bergwerke, Adelige. Wir haben hier keine Gefahr, dass der Gegner das Spiel beendet, weil er nicht so eine Engine hat. Sollte das so sein, müsste man ein bisschen mehr aufpassen. Und noch eine Brücke und holen uns mal die erste Provinz. Uh, okay. Das wollen wir nicht alles totziehen, haben also nur eine Brücke spielen können. Holen wir uns mal... Holen wir uns mal noch ein Bergwerk. Ich denke mal, wenn wir jetzt einmal noch ziehen, werden wir das Spiel beenden können. Das sollten wir allerdings abwarten, bevor wir unsere Bergwerke entsorgen. Ja, wenn wir jetzt alle Bergwerke entsorgt hätten, wäre es traurig. Okay, wir holen einfach mal ein paar Mühlen noch und noch eine Patrouille und... Nichts weiter wurden hier angegriffen. Haben kein Bergwerk gezogen. Zwei Aktionen, Patrouille. Okay. Machen wir mal die Patrouille nach oben, die zählen wir dann mit dem Bergwerk. Ah, jetzt haben wir wieder vier Karten extra bekommen. Das war gut. Bergwerk, Bergwerk. Brauchen wir eigentlich nicht entsorgen, wenn wir gut ziehen, weil wir werden die ganzen Karten sehr reduzieren können. Die Patrouille brauchen wir auch nicht mehr spielen. Weil wir schon unser Deck gezogen haben. Jetzt machen wir hier noch für Plus Aktionen. und spielen die sechs Brücken. Und dann können wir sehr viel einkaufen gehen. Holen uns mal die Provinzen und Herzog Thümer. Und das Spiel haben wir jetzt mal gewonnen. Also, ich kann auch mal gewinnen in Intrige. Und ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch mit der Brücke, wie man damit so umgehen kann. Auch wenn es mal nichts zu entsorgen gibt. Das ist so eine Möglichkeit. War jetzt nicht ganz so schnell. Zug 19. Aber gegen Big Money hier, gerade wenn es so viele Punktekarten gibt, immer noch besser. Aber man müsste auch ein bisschen aufpassen, wenn die Stapel schneller leer werden und der Gegner ein bisschen Kontrolle hat. Ich glaube, dann wäre es vielleicht besser, auf Lakaien zu gehen. Das muss man dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.